Sag mal Jens, hast du da nicht dieses Projekt gestartet, das mit den neuen Best-Zeiten? Wie hieß das auch gleich? Getting... Ja, genau. Getting older, getting faster. Ja, und machst du das noch? Ja, klar. Und wie ist da der Stand der Dinge? Wir haben schon so lange nichts gehört. Und wieso eigentlich? Ja, wieso? Und wovon reden wir eigentlich? Es geht um das Projekt, wie schon gesagt, Getting older, getting faster. Ich hatte mir zu Beginn meines neuen Lebensjahres vorgenommen, ein paar neue Best-Zeiten 2022 aufzustellen, aus dem einfachen Grund, dass ich das Gefühl habe, mein Potenzial trotz meines inzwischen fortgeschrittenen Alters noch nicht ganz ausgeschöpft zu haben. Und nein, es ist kein Ausdruck der Verzweiflung und zugleich der Suche nach einer philosophischen Umkehrung natürlicher Lebensvorgänger, wie beim Harley Runner im Blog philosophiert wurde. Es geht darum, schlauer zu trainieren. Angepasster und effizienter, nicht so, wie ich es vielleicht in den letzten 6-7 Jahren oft gemacht habe. Ich werde älter, das ist kein Problem. Und damit wird auch einhergehen, dass ich langsamer werde. Aber ich habe zum Beispiel eine 10-Kilometer-Zeit von 39.11 Uhr in den Büchern stehen. Und ganz ehrlich, das ist gut zu toppen, einfach auch, weil ich die Strecke selten im Wettkampf gelaufen bin. Auf anderen Strecken, wie zum Beispiel über 5 Kilometer, wird es schwieriger. Aber mal sehen, man darf sich auch nochmal so etwas hochgesteckte, hochgesteckte, hochgesteckte Ziele setzen. Wer jetzt nochmal nachschauen will, wie dieses Jahr alles so ein Projekt begann, der schaut hier nochmal in der Playlist nach. Kommen wir zum aktuellen Stand der Dinge. Und bis Ende Februar lief halt im Projekt alles nach Plan. Dann kam leider Corona, was relativ kurz und schmerzlos verlief. Jedoch mit einem dicken Aber. Das Aber äußerte sich in Form von, ich bin dann noch nicht so schnell fit geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe dann noch eine Nebenhöhlen-Geschichte verschleppt, habe Antibiotikum genommen und effektiv bin ich dann eigentlich erst Ende April wieder ins Training eingestiegen. Ich habe also letztlich zwei Monate Trainingszeit im Frühjahr verloren. Ärgerlich, aber so ist es nochmal und damit einher ging dann auch der Change of Plans. Geplant war, Richtung Halbmarathon zu trainieren mit dem Plan von Stefan Dillinger. Das Video könnt ihr ebenfalls hier oben sehen. Das habe ich verworfen, weil ich es einfach gerne ein bisschen früher mit den Wettkämpfen probieren möchte und die Vorbereitungszeit auch einfach kürzer ist. Und ich möchte es auf einer kürzeren Distanz probieren, einfach weil das eine sichere Bank ist als ein Halbmarathon. Da hilft der eigentliche Trainingsplan auf jeden Fall. Auch bezüglich Trainingsstruktur, aber ich werde ihn ein bisschen ummodeln und schauen, ob ich dann damit zurechtkomme. Erster richtiger Wettkampf ist dann für den 8.7. geplant. Ein 10km-Rennen hier in der Umgebung. Und dann geht es für zwei Wochen in die Berge und für den Rest des Sommers kann ich da vielleicht noch 2, 3, 4 Wettkämpfe mitnehmen. Vielleicht dann auch den Halbmarathon oder noch ein 5km-Rennen. Mal schauen. Ziel ist es jetzt erstmal wieder ins Training reinzukommen. Die letzten Wochen habe ich mich bei den Umfängen so zwischen 30 und 40km bewegt. Das muss natürlich noch gesteigert werden, aber vor allem muss es sich wieder natürlicher anfühlen. Derzeit ist jede Trainingseinheit noch ein Kampf und vor allem die Tage zwischen den Einheiten fühlen sich echt hart an. Wenn ich im Trott bin, habe ich selten schwere Beine oder Muskelkater. Im Moment freue ich mich über jeden freien Tag zur Regeneration. Es nervt, aber es sind definitiv Fortschritte zu sehen. Das ist gut. Wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr noch im Planen und der eine oder andere ist bestimmt schon in die Wettkampf-Saison eingestiegen oder steigt vielleicht auch erst in Kürze ein? Ist alles so gelaufen wie geplant oder hattet ihr Rückschläge? Das würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Joa, soweit von mir der Stand der Dinge. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib gesund. Tschüss.